Musik Oh, ich hab auch von ihm gehört. Er hat einen guten Ruf. Die Leute sagen, er könne jede Krankheit heilen. Man sagt, er soll umherreisen und Leute. Ich würde, er kommt hierher, um nach etwas zu suchen. Ah, ich frage mich. Er ist gerade vorbeigekommen. Wo ist er? Ist er das wirklich? Er sieht viel zu jung aus. Verfügt er wirklich über Heilkräfte? Er sieht eher schwach. Danke für meine Rettung. Bist du auf dem Weg nach Brighton? Oh nein. Sie sind mir bis hierher gefolgt. Vorsicht! Da kommen noch mehr! Ich glaube, das war der letzte von... Meine Güte! Bist du nicht verletzt? Weg! Vielen, vielen, das ist unglaublich. Er hat so viel Energie. Göttern! Annas Wunden sind geheilt. Oh, du bist es. Du bist hier. Pater Varud, dieser Abenteurer hat mein Leben gerettet. Oh, das wart ihr also. Ich kann die Güte spüren. Meine Begleitung sucht ebenfalls die Arche. Oh, ist das so. Dann haben wir viel zu besprechen. Ist dies die Tafel? In der Tat. Sie enthält alles Wissen über die Arche, das über Generationen weitergegeben wurde. Oh. Das ist die Tafel? Zertig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und, wie gefällt es dir in Pryton? Gute Arbeit! Jedes Mal, wenn du den Folianten ausfüllst, belohnt dich die Gesellschaft. Und, passiert heute etwas Aufregendes? Ich brauche mehr Inspiration, um ein Lied zu schreiben. Brüder und Schwestern, lasst uns beten. Herr aller Götter, bitte beschütze uns. Herr aller Götter, bitte beschütze uns. Das Stück einer Tafel? Suchst du etwa die Arche? Du bist wie Ruden. Hast du etwas Besonderes gefunden? Wenn es dort einen Hinweis auf die Arche gäbe, wäre doch schon jemand darauf gestoßen, oder? Hallo. Was kann ich für dich tun? Möchtest du die Tafel über die Arche sehen? Die Steinmetze vom Stammhügel könnten vielleicht helfen. Ich möchte im Wasser spielen. Unsere Preise sind besser als die... Dieser verfluchte Wagen bricht viel zu schnell auseinander. Mögen die Götter euch alle? Sag mal, wo kommst du denn hier? Pass auf die Grabräufer auf. Wenn du vom fehlenden Teil der Tafel in der Kathedrale sprichst, kann ich dir leider nicht helfen. Warum brauchst du sie? Fertig. es ist vor langer Zeit Das war's für heute. 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 Das war's für heute.